Sehr geehrte Frau Präsidentin, gemeinsam mehr erreichen, das ist der Grundgedanke der Genossenschaften und Sie haben ja auch schon viel erreicht. Die Energiewende in der heutigen Form, letztlich der Ausstieg aus der Atomenergie, den wir heute ja auch schon in der Endlagerdebatte thematisiert waren, das wäre alles nicht gegangen ohne genossenschaftliches Engagement, wo viele Hunderttausende Millionen Menschen von unten angepackt haben für gemeinsame Ideale.